Hallo, hier bin ich und da ist das neue Visier. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was hat der Roberto mit dem neuen Visier zu tun? Fragen Sie sich das wirklich? Warum fragen Sie nicht mich? Demnächst mehr vom neuen Visier. Aber ausprobieren, jetzt schon. Vielleicht ist es diese Farbe, die Roberto am neuen Visier so interessant findet. Könnte man so denken. Vielleicht ist es sogar seine Lieblingsfarbe. Naja, sieht fast so aus, oder? Demnächst mehr vom neuen Visier. Da ist es ja wieder, das neue Visier. Sieht aber gut aus. Riecht auch gut. Und klingt gut. Aber wie gut es wohl wäscht? Demnächst mehr vom neuen Visier.